Hallihallo liebe Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Ich sage jetzt keinen Namen, weil in diesem Video geht es darum, wie ihr vielleicht jetzt schon sehen könnt, dass ich meinen Kanalname ändern werde. Und zwar hat das den Grund, dass ich einfach schon seit Jahren, also seit meiner Kindheit, habe ich eigentlich schon den Spitznamen Joe, weil mein Vorname ist halt Giovanni und der Anfang Joe, so werde ich halt genannt. Von Freunden, von meinen Eltern, Freundinnen, wie auch immer. Und Flash, diesen Namen, habe ich halt schon seit, lass ich überlegen, 2000, 2001, also Anfang 2000, als Battlefield rauskam, Battlefield Vietnam und Battlefield 2 und so weiter. Denn, ja, das war einfach mein Ingame-Name und deswegen habe ich das damals übernommen. Ja, warum dieses Grumpy davor, das liegt einfach daran, viele, die mich kennen, sei es jetzt in Arma 3, altes Life als Polizeichef oder sonst was, wissen, dass ich halt, ja, was heißt manchmal, eigentlich ziemlich oft schnell reizbar bin. Oder halt auch oft grießcremig, je nachdem, ne, wie das Wetter wieder ist oder was im Spiel so schiefläuft, dann, ich kann halt ziemlich grumpy sein. Das ist halt im echten Leben leider auch so. Ich bin trotzdem halt ein netter Mensch, ja, bin auch ein Gentleman und mir kann man super viel Scheiß machen und Spaß, aber ich kann halt auch sehr grumpy sein. Deswegen, ich werde jetzt mittlerweile schon Grumpy Joe genannt, von meiner Freundin vor allem, was, naja, am Anfang fand ich es weniger lustig, mittlerweile lache ich drüber und da habe ich gedacht, komm, ich ändere meinen Namen einfach mal in irgendwas, was halt auch momentan passt so aktuell. Weil, wie gesagt, Joe ist halt schon immer mein Spitzname eigentlich oder Gio haben die früher auch im Kindergarten gesagt oder in der Grundschule ist schon ewig lang her, ich bin ja schon ein bisschen älter und ja, deswegen ändere ich das. Dazu kommt noch der Grund, dass halt mein, das Problem ist, ich will dieses LP halt wegbekommen, ja, aus meinem Namen, weil sowas nervt mich einfach, sieht scheiße aus und ich habe es auch satt, dass die Leute mich immer nerven mit, äh, Fläschlp, Fläschlp im Spiel. Das ist halt natürlich mit der Absicht, um mich zu ärgern und dann werde ich halt wieder grumpy, weißt du. Deswegen, ja, dann gibt es halt noch viele Kopien von meinem Kanal, am Anfang waren es, glaube ich, drei, vier oder so, die sind nach mir da entstanden. Mittlerweile gibt es so viele Flash und Flash-LPs, die genau so heißen, sogar ähnliche Intros haben und so weiter und ich habe einfach die Schnauze voll davon, es nervt, weil ich halt einfach diesen Bestätigungshaken nicht bekomme, weil ich zu wenig Abonnenten habe. Ich glaube, ich habe jetzt 206 oder 23, man braucht, glaube ich, wie hat, mein Netzwerk hat mir das so erklärt, wenn du willst, dass wir dich authentifizieren, äh, authentifizieren, ich meine verifizieren natürlich, Entschuldigung, dann muss dein Kanal so bekannt sein, dass die Leute sagen, ah ja, der, von dem habe ich schon gehört, äh, äh, ja, hm, den kenne ich und so, ne, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt euch sage, als Beispiel PewDiePie, ja, ne, was soll ich dazu noch sagen, kennt jeder. Kronk, Deutschland, größter YouTuber, glaube ich, ne, kennt man, so, dann wird man verifiziert oder man hat Connections und, äh, aber ihr wisst ja, wie das läuft, ne, bei Geschäften und gerade Medien und den ganzen Scheiß hier, ist ja alles nur Commerz und dieser ganze Müll, aber naja, ich mache es immer noch, weil es mir Spaß macht, als Hobby, auch wenn ich momentan wenig Aufrufe habe, wegen Subnautica, ist halt irgendwie weniger beliebt, gibt es auch schon 5 Milliarden Videos, glaube ich, würde ich jetzt Arma 3 machen oder irgendwas hier wieder, so Survival-Kram wie Reign of Kings, würde ich natürlich viel mehr Aufrufe bekommen, aber ich will halt das spielen, was mir Spaß macht. Ja, gut, soviel dazu, ähm, da oben seht ihr meine Fratze, so sehe ich aus, im Sommer, bisschen bräuner als jetzt, naja, und, ähm, mein Banner ist jetzt ein Platzhalter, das wird alles neu bearbeitet, neu erstellt, von meinem lieben Freund hier, GameLP, der hat mir auch damals das Intro, äh, gemacht und, mal schauen, der macht das jetzt alles neu, bei dem könnt ihr euch gerne vorbeischauen, der kann das wirklich sehr gut, ihr müsst halt genug Abonnenten haben, und, äh, die guten Intros und so weiter, kosten halt auch ein bisschen Geld, aber, das sind ein paar, das sind Peanuts, ja, und dafür kriegt ihr wirklich was Gutes, also, wenn ihr was braucht, Intros oder sowas, dann geht mal zu ihm auf den Kanal. Naja, so, Werbung gemacht, alles klar, nein, Quatsch, das habe ich jetzt einfach so gesagt, ähm, wie gesagt, der macht das ganz gut. Gut, ja, mein Facebook-Name bleibt erstmal der alte, mein Twitch-Name bleibt auch der alte, weil bei Twitch kommt einfach die Meldung, ja, äh, du kannst deinen Anzeigename nicht ändern, wahrscheinlich kann man das, wenn man Partner ist oder so, keine Ahnung, ich bin kein Twitch-Partner, weil ich kein Streamer bin, ich streame ab und zu, aber, äh, 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 mein Hals, Entschuldigung, aber ich bin halt eher YouTuber, kein Streamer. Naja, so, hier seht ihr mal meine Videos hier so, ne, wie gesagt, also das, das alles, was sich ändert, ist halt, der Anzeigename, ihr müsst, wenn ihr mich bei Google oder YouTube sucht, äh, sucht, müsst ihr halt auch den anderen Namen eingehen, ihr könnt auch Flash LP immer noch eingehen, oder Flash, da müsste ich eigentlich auch noch auftauchen, weil ich halt immer noch da drin gespeichert bin bei YouTube und bei Google und, äh, ja, wie gesagt, Facebook bleibt erst mal so, damit die Leute, die jetzt da hier auf den Kanal kommen, denken, hä, what the fuck, was ist hier los, wo ist der hin, äh, ja, und sehen aber die Videos, damit ihr Bescheid wisst, auch Facebook seht ihr alles noch, wie es vorher war, äh, Twitter werde ich ändern und so, was es halt so gibt, werde ich auch ändern, meinen Steam-Anzeigename werde ich wahrscheinlich auch ändern, auch wenn die Leute mich jetzt kennen unter dem Namen, aber, wie gesagt, ich hab auf den Namen keine Lust mehr und, hey, ist schon Asbach-Uralt, sagt man so in Hessen, ja, also, 2001, jetzt 2016, aber es ist schon ein bisschen was, ne, ja, gut, das war eigentlich so, das, was ich in dem Video loswerden wollte, ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, nö, ähm, ach ja, doch, eine Sache noch, das hat jetzt mit der Kanaländerung nichts zu tun, und zwar will ich mal, äh, Rainbow Six Siege aufnehmen, Problem ist einfach nur, ich brauch noch Leute dafür, ich hab ein paar Leute, die das auch spielen, aber die, die das spielen, die wollen das nur streamen, und ich will ja Aufnahmen machen, und es ist halt, ich mein, klar, ich kann mit Randoms zusammenspielen, aber das ist halt nie das Gleiche, wie wenn ich jetzt mit Leuten zusammenspiele, die, ähm, Ahnung von dem Spiel haben, ne, und irgendwie voll im Team und so, hier seht ihr übrigens meine Einnahmen, ich bin voll reich, also, kann ich hier gerne zeigen, ist überhaupt kein Thema, weil viele meinen, man verdient ja so viel Geld, klar verdient man viel Geld, aber da brauch ich pro Video vielleicht 50.000 Aufrufe, dann lohnt sich das langsam mal, naja, ach übrigens, äh, was mir auch aufgefallen ist, vielleicht mach ich da ein Special, ich hab jetzt fast 1.000 Videos hochgeladen, ich bin jetzt bei 955, mal gucken, vielleicht mach ich wieder ein Gewinnspiel, verlose irgendein gutes Spiel, mal schauen, gibt ja ein paar gute Sachen, die rauskommen sind, ich verlose ja meistens keine Indie-Spiele, also ich verlose da schon Titel, die ein bisschen mehr kosten, das letzte Mal war, glaube ich, Nether, und The Forest, hab ich auch schon verlost, und ich hab auch schon überlegt, mal sowas wie Rainbow Six Siege, oder so, mal als Gewinnspiel zu machen, das ist schon lange her, dass ich das letzte Mal ein Gewinnspiel gemacht hab, naja, gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für das Video, und, ja, ich hoffe, dass meine Zuschauer, die hier auf meinem Kanal kommen, damit klarkommen, dass ich jetzt einen anderen Namen hab, es ist halt eine Umgewöhnung, wenn ich halt im Video sag, hier ist nicht mehr Flash LP, sondern hier ist der Grumpy Joe, oder einfach nur Joe, die meisten nennen mich einfach nur Joe, fertig, oder Joey, sagen auch manche bei mir, in Naval Action, in meinem Clan, ach, apropos, ganz kurz, wenn ich schon dabei bin, wenn ihr in Naval Action spielen wollt, oder es vorhabt zu holen, und ihr wollt auf die USA Seite, dann könnt ihr gerne mal bei uns im Clan vorbeischauen, wir sind momentan 33 Mitglieder, und wachsen stetig, und spielen auch sehr viel zusammen, sind sehr aktiv, ich bin momentan ein bisschen inaktiv, weil ich viel zu tun hab, und halt wie gesagt, YouTube und so weiter, und da könnt ihr gerne mal reinschauen, das ist der PvP3 Server, wenn ihr Interesse habt, ist eine ganz nette Gemeinde, mein Clan, unser Clan, wie auch immer, die helfen einem, die geben einem Tipps, und so weiter, sind Deutsche dabei, Österreicher, Schweizer, Israel, England, das sind eigentlich alle Nationen vertreten, und ja, könnt ihr mal vorbeischauen, gut, dann würde ich sagen, das war's, und ja, mal schauen, wir sehen uns dann demnächst, wahrscheinlich wieder bei Subnautica, ich guck mal, was ich so mach, die nächste Zeit, würde ich sagen, macht's gut, und wir sehen uns, ciao.